Also wir machen was zum Wahlendienstag. Zum Wahlendienstag? Ja. Könntest du da für die Skifans ein paar Wahlendtagsgrüße in die Kamera sprechen? Na ja, ich meine... Moment. Da nehmen wir einen Mädel dazu. Das hat super funktioniert, oder? Das ist meistens so. Bei mir, wenn ich das mit den Mädels machen will, dann geht es immer schief, komischerweise. Deswegen bin ich am Wahlendienstig immer alleine. Das ist ein toller Gruß, oder, an alle? An alle, die alleine sind. Kopf hoch. Ich bin's auch. Wahlendienstags. Wann ist Wahlendienstag? Ja, demnächst. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe schon lange keine Freundin mehr. Das kann auch ein Aufruf sein. Ja, zum Wahlendienstag wünsche ich allen einen Partner, der ihnen das Strahlen in die Augen bringt, und der sie richtig glücklich macht. Kann ich es später machen? Ich bin eher länger da. Überleg mir was. Ich muss einen klugen Satz finden. Ich bin Ryan Cocker-Ziegel. Und ich wünsche meiner Mutter einen schönen Valentine's Day. Ich wünsche allen liebenden und lieben Menschen da draußen auf der ganzen Welt einen ganz lieben Valentinstag. Ich hoffe, ihr habt im privaten Leben einen Menschen neben euch, der euch glücklich macht, der euch alle Wünsche von den Lippen ablässt. Und ich wünsche euch, ich kenne das Gefühl und ich freue mich und ich wünsche euch aus allen auch und Happy Valentine's Day. Hallo, da ist Christian Finnerhofer. Ich wünsche alle Frauen einen ganz schönen Valentinstag und dass ich ganz viele Blumen kriege. und nix mal. Wir sehen uns. Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020